Lübeck, Hansestadt, Universitätsstadt Rechts ist die Gerberei Da ist irgendwie Eichholz hier oder Herrenholz oder so Eichholz, Mali, Brandenbaum Das ist das hier alles, das sieht man schon Wir wollen einfach nochmal schlank durchfahren Sehr kalm heute, 8 oder 9 waren wir das Dann gehts auch gleich weiter Dann gehen wir gleich los, ne? Wollen wir langsam mal losfahren? Hat sein Auto abgewürgt Ja, hier könnte man natürlich auch überall noch reinfahren, aber das sieht alles grau und grau aus Wir zeigen gleich dahinten Wir sparen uns heute Da ist irgendwelche Kasernen oder sowas Da fahren wir ganz gemütlich durch Gucken wir uns hier die Große an den Holzer an Nummer 185 183 183 183 181 187 187 Das war ja auch was da so schönes Da ist die neue Lübecker Das war irgendwie ein 2.0 Ja, ein bisschen Diversität Was auch gut so, dass soll ja so bleiben Ja, ein bisschen Diversität Was auch gut so, dass soll ja so bleiben Oh ja, das ist natürlich jetzt neben Ja, das ist natürlich jetzt neben Manche Holz Wir könnten überhaupt nicht das heiß Da ist die Kepler-Schubel Na, wenn das mal hilft Ja, das ganze Schöne Wenigstens hat sie noch Anstand zwischen den Häuser Dafür dann noch einen Zwischensitz Da ist noch eine Rossschlaft dabei Spezialitäten vom Ross So, da halten wir das mal ein bisschen an Da können wir auch ein bisschen rechts rein gucken Da hinten das Mali Jetzt sind wir wohl in Mali, sagen wir mal Jetzt sind wir wohl in Mali, sagen wir mal Los Das ist eigentlich so der Brennpunkt, kannst du sagen Wir haben zwei Kupferfiguren So, wie kommen die nicht weg? Ja, überall Kupferfiguren hier Wo Borgensee, beziehungsweise sowas ähnliches War ganz schön mutig, die hier aufzustellen So, das ist wohl eine Seite Oh, das ist wohl eine Seite Blödsinn, ey Bauverein Oh, das ist ein Bauverein, da hinten kann man das eine sagen Aber, das ist ein Kupferdreifung Aber, das ist eigentlich ein Kupferdreifung Aber, das ist schon mal der Kupferdreifung Aber, das ist halt das Haar, ja Das ist ein Kupferdreifung Lass mal links rum fahren. Pause. Los geht das. Lass mal hier rechts fahren. 30er-Zone. Unerlaubnis ablagern von Abfällen ist hier verboten. Hier ist ein Labor. Ah, was ist denn da alles? Da kann ich ja hier längs. Hier Stopp. Mal fahren wir links. Haben sie nicht immer Autos beschädigt in der Gegend hier? Habe ich letztes gelesen? Vollenweberstraße. Letztes Jahr war das. So eine Jugendgang. Das ist hier auch ein bisschen schädig. Und das ist die Wagnetz hier. Da ist schon welche zum Flitschen laufen. Das ist die Wagnetz. Das ist die Wagnetz. Ja, Wagnetz Ufer rechts. Und das ist die Wagnetz. 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 Ist das nicht so general oder sowas? Vielleicht glaub ja. So, wir wollen bis hier links fahren. Los geht es hier. Zwei spurig links abbiegen. Da ist ein Bootshaus. Da ist ein Bootshaus. Friedensdruckerpatron, Fahrradwerkstatt. Da ist es mal geradeaus. Altstadt dürfen wir glaub ich nicht rein heute. Verbunden. Einfach mal hier links. Was ist denn da mehr? Ah, nur noch chill. Ich bin hier. Ja. Ah, so eine Hand hier. Hallo. Ja, dann halten wir hier an. Ja, ist auch schön hier an dem Weg zu sein. Sind auch so Dauerurlauber jetzt. Ist auch eine Urlaubscity. Dann lassen wir hier links rum. Geradeaus. Geradeaus. Viele laufen spazieren. Ja. Ein bisschen kalt ist das heute. Aber das mache ich Zeit. Da ist eine überlegene Technik. Die regelt das. Ja, was haben wir hier denn? Sahna-Klinik. Und rechts haben wir jetzt eben nicht gezeigt. Das war ein Treff für Drogenabhängige. Ja, heute ist da. Treffen sechne ich hier immer. Montags, Dienstag, Mittwochs und Donnerstag. Freitags und Samstag. Sonntags haben sie Freide. Genau. Geht weiter. Ja. Ja, das war natürlich jetzt. Das war ein Satz. Ey. Was haben wir denn nur alles so? Getriebe. Gib ein Geist auf oder sonst was. Ja. Kann mal passieren. Ja. Saug kalt. Alles draußen. Ja, spielen auch drei indigene Kinder. Ja, manche frieren gar nicht. Obwohl man denken könnte, sie kommen auf solche Brücken. Obwohl man jetzt sowas wie jetzt hier verabscheut. Ich wurde ja auch immer gefragt, da als ich mal Urlaub war im Süden. Mit wie ist das, wie kalt ist das los hier? Aber man fühlt sich doch ganz schön wohl hier eigentlich. Ja, das merkt man vor allem die soziale Wärme. Ja. Wie macht das denn auch ein bisschen? Was da denn noch? Lippes Adrent. Oder gibt's was zu essen? Ja. Was ist da denn los hier? Das... Früher war das... Wie hieß das noch? Weiß ich nicht. Jetzt ist es Taverna Daphne. Ach ja, Hotel Rote Beek war das. Genau. Das war schon lange her. Oh, jetzt ist er Daphne. Aus Taverna. So, dann machen wir nochmal. Und... Klicken zurück. Auf die Weg. Und... Das haben wir Tschüss.